Wie verändert sich die Borderline-Persönlichkeitsstörung im Laufe der Lebensspanne? Darüber sprechen wir in diesem Video. Ja, typischerweise wird ja die Diagnose auf eine Borderline-Persönlichkeitsstörung im späten Jugendalter oder frühen Erwachsenenalter gestellt, wenn mindestens fünf der folgenden neun Kriterien erfüllt werden. Erstens, verzweifelte Bemühungen, Tatsächliches oder Eingebildetes bzw. Vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden. Zweitens, instabile und intensive zwischenmenschliche Beziehungen, die zwischen Idealisierung und Abwertung der Beziehungspartner gekennzeichnet sind bzw. schwanken. Drittens, eine ausgeprägte Identitätsstörung, die sich in einem instabilen Selbstbild manifestiert. Viertens, eine Tendenz zu vorschnellem und impulsiven Handeln in Zuständen hoher negativer Affektivität, was zu einem potenziell selbstschädigenden Verhalten führen kann. Fünftens, wiederkehrende Episoden von Selbstverletzungen. Sechstens, eine emotionale Instabilität aufgrund ausgeprägter Stimmungsreaktivität. Siebtens, die chronischen Gefühle von innerer Leere. Achtens, unangemessen starke bzw. intensive Wut bzw. Schwierigkeiten, diese Wut zu kontrollieren und neuntens vorübergehende dissoziative oder psychoseähnliche Symptome und Zustände. Ja, das waren einmal die neun klassischen Kriterien, wie wir sie im ICD-11 finden, wie wir sie aber auch in ganz ähnlicher Form im DSM-5 aufgelistet finden und von denen mindestens fünf Kriterien erfüllt werden müssen, damit die Borderline-Persönlichkeitsstörung als Diagnose gestellt werden darf. Ja, und diese neun Kriterien bzw. Symptome bilden natürlich auch die klassische Präsentation von Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung ab. Dennoch ist es so, dass sich natürlich die Präsentation bzw. die Art und Weise, wie Betroffene ihre eigene Borderline-Persönlichkeitsstörung erleben, im Laufe des Älterwerdens stark verändern kann. Das hängt damit zusammen, dass Menschen sich generell verändern, wenn sie älter werden. Wer von uns kann schon sagen, dass er sich noch immer so verhält oder so empfindet, wie er es im Alter von 15, 16, 17 Jahren getan hat. Auf der anderen Seite machen Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, bei denen die Diagnose im Kindes- und Jugendalters bzw. frühen Erwachsenenalters erstmals gestellt oder vermutet wurde, natürlich auch alleine dadurch eine Entwicklung durch, dass sie sich mit ihrem eigenen Störungsbild beschäftigen, dass sie vielleicht eine Psychotherapie hinsichtlich der Borderline-Persönlichkeitsstörung machen. Und deswegen ist natürlich die Frage berechtigt, wie verändern sich denn diese klassischen, typischen, neuen Symptome bzw. Präsentationsmerkmale der Borderline-Persönlichkeitsstörung im Laufe des Lebens. Dazu gibt es eine ganz aktuelle Übersichtsarbeit aus dem Jahre 2024 von Leixenring et al. Und darin heißt es, ich zitiere, Bei älteren Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung verlagern sich die Symptome hin zu Depressionen, Gefühlsleere und körperlichen Beschwerden. Emotionale Disregulation, instabile zwischenmenschliche Beziehungen, Wut- und Bindungsunsicherheiten bleiben bestehen, während Impulsivität und Identitätsstörungen abnehmen. Selbstverletzungen können andere Formen annehmen, wie z.B. Nicht-Einhaltung medizinischer Vorschriften oder Medikamentenmissbrauch. Ja, das heißt, die bestimmten oder bestimmte Kernsymptome hinsichtlich Borderline-Persönlichkeitsstörung bleiben natürlich auch im Alter bestehen. Wir sehen aber eine rapide Abnahme von Instabilität und Identitätsstörung. Und ja, das ist wahrscheinlich etwas, das wir alle auch von uns kennen, egal ob mit oder ohne Borderline-Persönlichkeitsstörung, dass wir grundsätzlich im Alter ruhiger werden und dass wir grundsätzlich natürlich auch unserer selbst sehr viel gewahrer werden, als wir es noch in früheren Lebensjahren gewesen sind. Wenn die Borderline-Persönlichkeitsstörung z.B. bereits im Jugendalter vermutet und im frühen Erwachsenenalter diagnostisch festgehalten wird, ist es natürlich klar, dass sich grundsätzlich die Identität, die Persönlichkeitsstörung auch noch in einem großen Wandel befindet, so wie es auch bei anderen Jugendlichen typischerweise der Fall ist. Es ist auch wichtig festzuhalten, dass neuere Untersuchungen inzwischen festgestellt haben oder dass es mehr oder weniger einen sehr, sehr großen Konsens darüber gibt, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung erstens sehr gut therapierbar ist und zweitens sogar eine Tendenz dazu hat, die klinische Symptomatik zu verflüchtigen, dass sich also diese klinisch signifikante Störungssymptomatik im Laufe der Zeit von alleine, sage ich mal, im Häkchen, im Rahmen der normalen, natürlichen Entwicklung und Beschäftigung mit einem selbst abnimmt, auch dann, wenn keine spezifische Borderline-Therapie in Anspruch genommen wird. Und das ist sogar in bis zu 80% der Fälle aller in späten Jugend und im frühen Erwachsenenalter mit Borderline-diagnostizierten Personen der Fall. Gleichwohl haben natürlich Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen auch eine Reihe von Komobilitäten, das heißt Begleitstörungen, die typischerweise mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung einhergehen und welche natürlich, deswegen möchte ich das in diesem Video zusätzlich anfügen, auch im Laufe des Lebens erworben werden können. Die wenigsten Menschen mit Borderline haben alle Begleitstörungen schon zum Zeitpunkt ihrer Diagnosestellung beziehungsweise in sehr jungen Jahren. Die meisten entwickeln verschiedenste Begleitstörungen erst im Laufe des Lebens, wie zum Beispiel diese körperlichen Empfindungen, körperliche Schmerzen, wie sie beim Älterwerden von Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen beobachtet werden. Aber auch zum Beispiel eine signifikante Substanzabhängigkeit ist ja etwas, das die meisten erst im Laufe ihres Lebens entwickeln. Und auch hierzu, zu diesen komorbiden Störungen, macht die Übersichtsarbeit, welche ich gerade schon hinsichtlich des Älterwerdens und der Symptomverlagerung, Symptomverschiebung zitiert habe, diverse Angaben. Und zwar heißt es dort, ich zitiere, Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen leiden im Laufe ihres Lebens wahrscheinlich gleichzeitig an Stimmungsstörungen in 83% der Fälle, Angststörungen in 85% der Fälle, Substanzgebrauchsstörungen in 78% der Fälle und an anderen Persönlichkeitsstörungen in 53% der Fälle. Borderline-Persönlichkeitsstörungen und bipolare Störungen 1 oder 2 kommen bei etwa 10-20% der Patienten mit einer dieser Störungen gleichzeitig vor. Obwohl die Borderline-Persönlichkeitsstörung, so heißt es in der Übersichtsarbeit, oft zusammen mit einer schweren depressiven Störung oder einer bipolaren Störung auftritt, sollte die zusätzliche Diagnose auf Borderline bei einer Episode dieser Störungen nicht gestellt werden, wenn es keine Hinweise darauf gibt, dass das typische Borderline-Symptom-Muster im Laufe der Zeit bestehen bleibt. Ja, ich hoffe euch mit diesem Video ein bisschen informiert zu haben über die Borderline-Persönlichkeitsstörung, über die typischen Symptome von Borderline, insbesondere in der Präsentation, wie sie meistens vorliegt, wenn die Borderline-Persönlichkeitsstörung erstmals diagnostiziert wird, aber auch wie sich die Symptomatik im Laufe des Erwachsenenwerdens verändern kann. Und nochmal, aktuell geht man davon aus, dass bis zu 80% aller Menschen, aller Patienten sozusagen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung die klinische Symptomschwere im Laufe ihres Lebens verlieren werden. Auch wenn, das möchte ich hier ganz deutlich sagen, es natürlich immer noch eine gewisse Restbeeinträchtigung, wie zum Beispiel ein überschießendes, überreaktives, immer sehr sensibles Nervensystem mit einer grundsätzlichen lauer Haltung gegen Umweltreizen zum Beispiel, das nennt man Hypervirgilanz, auch wenn solche Faktoren natürlich, ohne dass die typischen Borderline-Kriterien noch in ausreichender Anzahl erfüllt werden, ja oftmals für ein Leben lang bestehen bleiben wird. Wenn euch solche oder ähnliche Videos interessieren, wenn ihr euch generell für das Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung interessiert, ja dann könnt ihr natürlich diesen YouTube-Kanal abonnieren. Jede Woche kommt hier mindestens ein neues Video zum Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung raus. Ja und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt sogar unterstützen möchtet, wenn ihr sagt, ja ich möchte es fördern, ich möchte Danke sagen dafür, dass solche Videos hier regelmäßig erscheinen, dann könnt ihr natürlich auch von Herzen gerne Kanalmitglied werden. Einen Link zur Kanalmitgliedschaft findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei allen Zusehern und Zuseherinnen auch dafür, dass ihr dieses Video ganz bis zum Ende angeschaut habt. Haltet die Ohren steif, lasst es euch gut gehen. Euer Tom.